Jede Kultur auf der Welt hat ihre eigenen Speisen hervorgebracht. Heuschrecken, Grillen und Maden sind nicht jedermanns Sache. Aber vielleicht werden wir alle schon bald nicht mehr wählerisch sein können. I believe when the shit hits the fan, it will do. There will be a perfect storm of food crisis in the world. 99% of the food that's consumed is shipped in from over 1500 miles away. That is what we have to change. We'll be right back. Vielen Dank.